ok wir gehen auf twitter mit und wir sind nicht dabei weil wir haben nur zwei mal geschickt drei mal also rame minecraft öfters das weiß ich aber wenn du einmal zwei mal glaube ich zweimal drei mal zwei drei mal micro auf jeden fall wochen oder so schon gefühlt werden umrecht können ja mal abstimmen stream ja und dann also habt ihr die auswahl twitch youtube mixer oder gar nicht lass mal lustig mixer der facebook jenks was für mich auch gerade auf facebook wir gehen jetzt auf die twitter ist eine wunderschöne komplikation nummer 20 aus dem jahr 22 anscheinend ich weiß nicht ob die alle da sven ich jetzt erzähle mich von svans roll-up placements ich wollte euch nur katja zeigen du bist katja die kuh heißt katten von topkick genau so heißt er das hochles was ist guter m&m breken news m&m has become the first celebrity to be diagnosed with korona virus was in the statement release by doctors it has been revealed that his palms was what he needs week and arms were heavy he presented with vomit on a sweater already initial testing has revealed it was mom's spaghetti are you serious are you serious you remember what i told you is she the only british little girl okay let's pick bioshock was was on the web for show me british little girl no that is not what i said dude that is by the way medica solid okay yeah poof 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 xd poof xd poof xd poof xd poof xd xd es gibt eine webseite für den korona-virus zu trackern wie viele fälle es gibt eine webseite für alter mit den infizierten oder der letzte infizierten der 24 stunden what the fuck hab ich gar nicht mehr gekriegt dass mein ex dafür eine webseite hat ist schon krass in hubei da ist glaube ich entstanden oder ne hunan ist doch entstanden oder nicht die 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 Ich weiß, ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß Leute, wir müssen hier einfach gehen. Schau, niemand ist hier infekted. Wir gehen einfach hier. Warum leben wir auf den Schädigsten? Fuck, ja, ich bin chillin. Oh, shit! Das Mann ist sexy, wei! Was ist das, was du? Hey, ich bin ein Drag Queen. Ich weiß nicht, ich bin einfach. Ich weiß nicht, ich bin ein Drag Queen. Ich bin ein Tag, Mann. Ich werde dir was, Mann. Ich werde dich wissen. Du bist noch nicht getroffen. Ich hoffe, du bist bereit. Oh mein Dumbass, ich bin schon georrt. Alter. Dann werden wir Ben auch mal an den Schädigsten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal ein Videofunk zu machen. Das war ein Horror-Spieler, der ich auch wieder verkauft, ne? Hm. Der hat einen Versteckensvent, das ist auch dauer. Weißt du? Ja, du musst dich vor dem Finger verstecken. Ja. Wie nicht? Denk schon, dass der Puls bei rumgeht. Ja, wir sehen. Oder Bigfoot? Oh, ja, Bigfoot? Da freue ich mich auch richtig drauf. Oh, EFT? Wieso kann ich nicht was so ausgerüstet sein? Ja, weil ich ja schon Level 10 ist, wenn wir sind Level 2. Wir sterben. Okay. Das war da. Da war ich so ein bisschen. Ich habe so ein Spoon oder so etwas gekauft, um die Kiege zu spüren. EW! Ich wollte nicht die Lüge auf der Bühne und die Hauptfraße. Oh mein Gott! Ich versuchte, die Kiege zu spüren und es rauskam. Und die Kiege warst. EW! Die Kiege warst. EW! 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 Oh boy, kann man machen. EW! Kann man machen. Oh je. Oh, der wird ja gut... Achso, das stimmt dann aber. Achso, ich hab schon. Ja, das sieht man immer noch, ne? Oh, ey. Okay. Das ist okay. Okay, League of Legends. Ich werde es vermutlich wieder nicht verstehen. Ich hab mir das für schönes Krasser vorgestellt. Ja. Ich glaube, wir sind gestorben, oder? Ey, yo, yo, guys, guys! Ich sah ein Montage! Bei LeFaker! Auf meinem YouTube! Leute, Leute, schau mal! Leute, Leute! Leute, Leute! Leute, Leute! Leute, Leute! Leute, Leute! Leute! Ich dachte, ich war auf YouTube! So fucking annoying, dude! Äh, was ist da jetzt passiert? Was ist das? Das ist so weiche Schmuck? Popmusik, oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mega geil. Ja. Ja, I said... Ja! Ich hab's kaum gesehen, dass ein Ja kommt. Ah. Also. Geil. Ja, war krass. Ich hab alles verstanden. Easy. Also, mit League of Legends hab ich überhaupt nicht verstanden, warum er jetzt auf einmal so ins Zimmer rumgerannt ist. Ich glaub, das war der Fail. Oder so. Ich verstehe, die macht total mal so viel Fail immer. Sich... Sich da anmeilen, was ist daran gefehlt? Das ist einfach so... Das ist es Trink 17. Trink 17? Easy. Und andere hat sich unter League of Legends spieler viel Naruto geguckt. Was? Ein bisschen. Mit der gleichen Bewegung. Das ist eine typische Anime-Bewegung quasi. Hm. Ja. Hab ich mir krasser vorgestellt. Wenn ihr was krasses habt, worauf wir reakten sollen, dann schreibt es in die Kommentare. Hier einmal runter. Da würde ich sagen, ich hab mein Penis-Tech auf die Kommentare. Ganz wichtig. Und ähm. Lass uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ob wir darauf mal wieder gehen sollen. Wenn ja, habt ihr eine coolere Variante, worauf man wirken sollte, dann gerne auch in die Comments. Alles dahin. Oder bei Discord. Da haben wir extra einen eigenen Blog dafür zum Abspeichern von Vorschlägen. Könnt ihr auch da machen. Krass, ne? Habe ich mir gefasst, ne? Habe ich mir gefasst, ne? Kannst du mal hohes Runds finden. Du siehst das ja. Du bist gerade da. Deswegen vielen Dank für euch allen. Ah! Ja, Sven findet das. Siehst du? Alles klar. Könnt ihr es auch machen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.